Hallo und herzlich willkommen hier auf Die Meri's Dem süßesten Meerschweinchenkanal auf dem zweitsüßesten Ja, die Müffelstücke, dem zweitsüßesten Meerschweinchenkanal Deutschlands Und hier vorne warten schon alle Worauf wartet ihr denn? Was ist los? Haben wir irgendwie gesagt, es gibt was zu essen? War da irgendwas in Diskussion? Ja, nein, vielleicht Marshmallow Aha, okay Jetzt kriegt sie auch noch was, dann fühlt sie sich ja bestätigt Aber Feldsalat will sie nicht Willen die anderen da irgendwas tun? Nein, die ist nur zu faul, sich jetzt zu strecken Hallo Brüse Ist alles klar? Ihr kriegt heute etwas, abgesehen vom Essen. Los, streitet euch darum Streitet euch Ich will euch streiten sehen, was bewegt sich denn da vorne? Oh, nie, nie Wie sie sich auch nicht ganz raustraut, kriege ich das ohne das Ding verlassen zu müssen? Ja, nein, vielleicht Ich weiß nicht Wie sich alle stehen Wo ist ein Potato? Potato fehlt? Irgendwo, das weiß ich, ich glaube da vorne im Haus Ja, wahrscheinlich im Haus Hallo Ist alles klar? Du siehst immer so aus, als ob du gleich wegstarten willst Ich finde das total funny Und, bei dir auch alles klar? Ja, ja, lass mich in Ruhe Ich hab Essen Dankeschön, das war's von mir Tschüss Zack So Au, jetzt werde ich abgeworfen Ha, ha, ha Das hast du voll verdient, du Sackfalte Also jetzt pack aus und gib mir meine Geschenke Wer hat gesagt, dass das deine Geschenke sind? Ich bin die Anführerin Alles sind meine Geschenke Das ist mein Essen Ich teile nur in meiner göttlichen Güte Ja, ja, was auch immer Guck mal, jetzt streiten die sich hier Die streiten sich nicht, die lieben sich eigentlich Aber, wenn's ums Essen geht Gibt's heute nix ab Oh, okay Potato hat keinen Bock raus Komm aus irgendeinem öffentlichen Grund Und du hast etwas geschenkt bekommen Für die Müffelstücke Also wir haben etwas geschenkt bekommen Und zwar das hier, diese Couch Wir haben die schon in blau mit Punkten Und wir stellen die ja immer hier vorne Dann unter den Tisch Oder haben da auch den Donut liegen Und das wird halt so geliebt Und deswegen haben wir uns das halt nochmal In die Wishlist gepackt Oh, und das wurde schon gekauft Und guck mal, wer nach vorne kommt Guck mal hier Da liegt noch Ey, guck mal da Hier Oh, Pfefferminz So lecker Da, hier nimmt mehr Pfefferminz Von wem ist es denn? Haben wir eine Ahnung, von wem das hier ist? Ja, und zwar ist das von der Jennifer Danke, Jennifer Wem soll ich das jetzt geben? Willst du das haben, Zolt? Du bist doch so für Kuschel Du bist doch so pro Kuschelsachen Möchtest du das? Nein Zap, da reingelegt Könnt ihr euch drum kloppen Das ist toll Kann ich das als Thron nehmen? Aber da hinten habe ich doch schon einen Oh, unser kleiner dicker Schneeball Hey, du kleiner dicker Schneeball Ist alles klar? Dann ist ja gut Also, vielen, vielen Dank An die nette Jennifer Die, den Meerschweinchen Nicht uns Die, den Meerschweinchen Das gekauft hat Zack, da rein Oh, dann müssen sie Das da drin fressen Ach, guck mal Wer da auch noch rauskommt Aha Sie hat das Essen entdeckt Oh, sie meckert erstmal Und geht zurück Der Tag des Umzugs Rückt näher, Sarah Wir ziehen bald um Ja Ja, mit Glück Können wir viel sogar Eher in die Wohnung Und dann können wir Ganz viele Videos machen Ganz, ganz, ganz Viele Videos Über neue Tiere Neue Meerschweinchen Ganz viel Gehegebau-Videos Ohne Ende Gehegebau-Videos Ganz, ganz, ganz viele Freut euch schon drauf Das wird total toll Ey, was soll denn das? Ist das hier Fressen mit Streicheleinheiten? Wo sind meine Streicheleinheiten? Du willst ja nie gestreichelt werden Nur gekrault an deinem Schwamm Ey, ohne Gehe Lass das Mann, du störst Das war es eigentlich auch schon wieder Von den Müffelstücken Wir wollten euch nur demonstrieren Dass wir ein wunderschönes Neues Couch-Dingsi bekommen haben Und ich würde sagen An dieser Stelle Man hört Und stört sich Und danke dafür Danke dafür Danke dafür Und bis dann Tschüss Geht's auch noch Danke Hab ich verstanden Danke Bete 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 D D D Vielen Dank.